Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und hier sehen wir auch schon unsere süße Destiny, die sich gerade ein paar Burgies genommen hat. Sunny und Faith sind noch am Schlafen. Und unser Klo ist ripp. Schade. Ich hoffe, dass diese Folge nicht komplett eskaliert, weil heute ist irgendwie nicht so mein Tag. Irgendwie ist bisher alles schief gelaufen. Deswegen hoffe ich, dass hier alles gut läuft. Aber diese Challenge ist grundsätzlich immer ein bisschen chaotisch. Deswegen vertraue ich dem nicht. Wir generieren heute auf jeden Fall direkt erstmal. Wie ihr seht, habe ich ein paar Sachen hinzugefügt, weil das neue Pack hier rauskam. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man hinzufügen kann, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich füge sehr gerne hinzu. Und wir machen heute die 64. Sei romantisch mit dem nächsten Sim, den du siehst. Okay, das ist wild. Weil wir sehen in der Regel nicht so viele Leute. Aber wir kriegen das hin. Sie muss heute eh nicht arbeiten. Also von daher kann sie auch romantic werden. Ich meine, so ein bisschen spaßende Backen hat sie sich ja auch mal verdient, ne? Geht ja auch nur um einmal flirten oder so. Ich ersetze das Klo einfach mal. Erörtern, woher Babys kommen. Entschuldigung? Wie wäre es, wenn du jetzt mal ganz kurz schon mal rauskommst, Girl? Denn deine Schwester muss auch nochmal pipi. Vielleicht kann sie zumindest auch schon mal einen Viehstall säubern, wenn sie nett ist. Mama, ein bisschen Arbeit abnehmen ist nett. Auf jeden Fall. Vor allem, ich bin mir nicht sicher. Aber was ist das für eine Farbe? Weil, wenn das jetzt wirklich so ein Gelb oder so ist, ist es ein bisschen lost, dass ich diese Farbe gegeben habe. Vielleicht nehmen wir lieber sowas Neutrales. Weil, ja. Wie war das mit dem Gelb nicht mögen und so? Hi, girl. Good morning in the morning. Sie gönnt sich auch erstmal ein paar Burgies. Sie ist gerade sehr zufrieden. Das freut mich sehr. Ihr Burnout scheint auch schon wieder vorüber zu sein. Vorerst. Ach ja. Wir wollten noch diese Urne platzieren. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht genau, wie das geht. Aber mir ist auch eingefallen, dass wir ja schon einen Grabstein haben. Also ich meine, er ist ja zweimal gestorben. Das heißt, es wäre jetzt nicht komplett tragisch. Es wäre natürlich cooler, wenn wir dann auch zwei hätten. Einfach um zu verdeutlichen, dass er eben zweimal gestorben ist. Ja, aber wo muss ich das Dingsen? Ich weiß es nicht. Ach so, vielleicht habe ich diese Dingensmod. Man braucht doch so eine kleine Datei von Little Miss Sam. Wahrscheinlich fehlt mir die. Ich lasse die Seite mal offen, dann denke ich vielleicht nachher dran. Aber, ja. Dann verschieben wir das jetzt einfach. Es ist jetzt meiner Meinung nach nicht das Schlimmste, dass das hier so ist. Dann haben wir bestimmt noch ein schönes Bild von Jericho. Also wir haben hier eins, wo ein Geist ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt nehmen wollen würde. Apropos. Ich würde dann vielleicht hier zu Sky auch noch ein Bild hin tun. Weil da habe ich da noch gar nicht dran gedacht, dass man ja hier auch so Fotos hinstellen kann. Aber ich finde es schon schön, wenn man dann nochmal ein Bild dazu hat. Ach so. Hä? Vielleicht sollte man es dann auch hier hinstellen. Ich Intelligenz-Bestie. Von Carla habe ich, glaube ich, kein Bild. Leider. Das ist natürlich schade. Aber wir müssten irgendwo ein Bild haben von Jericho. Aber kann auch sein, dass wir nur gemeinsam welche gemacht haben. Dann nehmen wir halt eins, wo er ein Geist ist. Ist ein bisschen wild. Aber besser als nichts. Ja, was hat Jericho denn ausgemacht? Also er war halt ein Zauberer, ne? Warte mal. Kann man den kleiner machen? Weil der hat ja auch eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Oh. Das geht... Oh nein, das geht nicht. Schade. Ja, weil das hat eine große Rolle bei ihm gespielt. Dann können wir das hier vielleicht als Alternative nehmen. Wir wissen ja, was gemeint ist. Und dann gucken wir vielleicht nochmal, ob wir irgendwas von den Zauberern da hinzupacken. Ich glaube, man braucht Debug, oder? Wenn man die Zauberstäbe sehen will. Weil ich würde dann da so einen Zauberstab hinlegen. Das macht doch am meisten Sinn, oder? Bibi.showhiddenobjects. Zaubertränke, ja. Aber gab es hier nicht noch Zauberstäbis? Können schwören, hier gab es auch Zauberstäbe. Oder ich bin blind. Oder beides. Ich meine, so ein Zaubertrank ist vielleicht auch nicht schlecht. Weil er hat ja auch Sachen gemischt. In der Hoffnung, dass er halt dieses bekommt, wo man dann wiederbelebt wird. Warte, dann nehmen wir vielleicht auch das mit dem Wiederbeleben. Wiederbelebt in Nu. Ich meine, seine Karriere hat ihn jetzt ja nicht so ausgemacht. Deswegen würde ich das in Ruhe lassen. Aber er kriegt natürlich auch nochmal ein paar Blümchen. Wir nehmen die. Spaß. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Aber guck mal, weil die ja... Nee. Ich wollte gerade sagen, weil die ja in Held von Ombergli gewohnt haben. Aber weiß ich jetzt nicht. Dieses Lama-Dings würde besser dann passen, wenn Sunny irgendwann von uns geht. Ich will das gar nicht. Aber ich meine nur. Wenn wir das ein bisschen kleiner machen, finde ich das vielleicht auch gar nicht so schlecht mit den Pilzen. Ich finde, das hat irgendwie auch was A, was so Cottage-Living angeht, aber auch was so dieses Zauberer-Dasein angeht. Also ich finde es passend dazu. Haben wir wenigstens das. Aber das Coole ist, wir können wenigstens halt die Geschwister dann beieinander machen, weil sie ja auch keinen Partner hat und so. Das ist halt ein bisschen schön dann. So, wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hin. Wir besuchen einfach mal die Bar mitten am Tag. Wer kennt's nicht? Okay, die erste Person, die wir sehen, ist Eva Meuer. Die sollte nicht mit uns verwandt sein. Wir können auch romantisch mit ihr sein. Also von daher droppen wir einfach mal einen Anmachspruch. Oh nein, sie stinkt. Oh, sie ist sogar schwanger. Was ist denn da los? Vielleicht sollten wir lieber gehen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das Spiel hängt sich auf. Aber ich glaube... Gott sei Dank, alles fit. Erstmal speichern. Immer wenn das Spiel irgendwie die kommune Sachen macht. Erstmal speichern. So, putzen sie. Und danach kannst du in Ruhe duschen. Wir haben leider nicht gewonnen. Wer ist George? Könnte die beiden natürlich auch Freundschaften schließen lassen. Wäre ja schön, wenn sie mal ein paar Leute kennenlernen würden, ne? So, und jetzt möchte sie ja noch konzentriert Videospiele spielen. Und das hier ist ja jetzt an. Also, Let's Reisies. Okay, es ist nicht stark genug. Kein Sex haben Lotto. Och Mausi. Aber hey, sie hat sich zumindest auch gewünscht, Videospiele zu spielen. Also, auch dahingehend ist das in Ordnung. Ich würde nur gerne in ihren Bestreben weiterkommen. Weil ich fände das cool, wenn sie das schaffen könnte. Jetzt ist sie konzentriert. Cool. Destiny hat Shima in der Schule getroffen. Oh, das hat ja Funktionuckelt. Technik-Guru-Karriere. Manu, warum hat immer alles mit Karrieren zu tun? Also, das mit der App oder so, das können wir ja gerne machen. Aber, Mann. Oh, warum ist die Dusche kaputt? Sie mag Videospiele. Ja, definitiv. Und sie kann auch gar keine App oder so machen. Naja, dann hacken wir einfach die Landgrab-Systems. Oh, Manu. Die Karriere haben wir leider aufgegeben. Lucky Legacy strikt again. Und die treffen echt viele Leute. Cool. Destiny möchte Peace mit nach Hause bringen. Gerne. Hallo. Peace-Bauer. Ist das. Show me. Oh, die sieht ja süß aus. Girl. Hi. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich direkt einen Umstar eingeben soll. Aber wir verschwenden unsere Zeit jetzt nicht damit. Hi. Freundet euch lieber an. Das finde ich süß. Oh, nein. Bei ihr ist ihm lag gestorben. Warum ist sie beschämt? Was ist schon wieder passiert? Oh, nein. Ich schaffe das nicht. Mausi. Wer ruft hier an? Ah, okay. Und sie muss erst mal um den Rat bitten. Sie denkt, dass sie nicht klug genug ist. Ihre Hausaufgaben sind zu schwer. Ich denke, Sunny würde sagen, konzentriere dich auf andere Themen. Weil es ist okay zu versagen in den einen Bereich. Ja. Nehmen wir. Und sie möchte einfach selber putzen. Du bist so eine Maus, ne? Ehrlich. Dann soll sie vielleicht einfach mal ein bisschen Yoga machen. Dann fühlt sie sich vielleicht auch gleich besser. So, was mit euch? Na, ihr freut euch zumindest mal ein bisschen an. Könnt ihr mal ein bisschen esen? Oh, nein. Sie gibt sich selbst Zustruck im Badezimmer. Maus. Ist ganz wichtig, dass ihr miteinander redet dann. Sie fühlt sich so schlecht, um witzig zu sein. Na, ihr quatscht einfach mal miteinander. Das tut euch bestimmt gut. Ist sie schon wieder in die Richtung? Hä? Hä? Ich hab das doch gedreht. Rhetorikfähigkeit. Yay. Sie chattet jetzt erstmal nice. Ist aber in Ordnung. Trotzdem muss sie sich vielleicht mal ein bisschen hier um den Haushalt kümmern. Oh mein Gott. Wie süß kann man sein? Sie putzt hier einfach. Kleine Maus. Guck mal, die freunden sich voll an. Schön. Also ich denke, ich werde dann privat, also offscreen, ihr ein kleines Umstyling geben. Also wirklich nur small, weil sie sieht ja schon echt süß aus. Schön. We love a good friendship. Die eine Person, die wir kennengelernt haben, ist genau jetzt zum Teenager geworden. Faith hat einfach gar keinen kennengelernt. Wow. Warum ist sie... Wow. Ihre Hygiene sinkt schnell. Aber ansonsten fühlt sie sich gut. We love it. Dann soll Mama mal was zu essen machen. Och man, warum gehst du jetzt auf Klo, wenn sie duschen will? Ey. Wo ist Peace hin? Gone? Oh ne. Sie gamet. Geil. Oh Gott. Sie stinkt ganz schön. Ab geht's. Duschen. Hä, die sehen richtig ekelhaft aus irgendwie. Aber es ist eine normale Qualität. Hä? Okay, ich würde sagen, dass sie an ihrem Zahn rumwackeln soll. Weil das macht man so als Kind. Sieht zwar immer ein bisschen disgusting aus, weil da immer die halbe Sabba rauskommt. Aber sie kann ihn auch einfach rausziehen, ne? Weil sie muss gleich eh schlafen. Da kriegt sie wenigstens was von der Zahnfee. Auchibauti. Yay. Ich liebe das mit den Zähnchen, ne? Das ist so ein süßes Detail. Ah. Warum gehst du? Hallo. Wer sind sie? Kim Breuer. Hi. Ich liebe die Sohne. Anissa? Nee. Warum? Dann soll sie einfach mal ein Plugin programmieren. Fühlt sich ja noch ganz gut. Er war locker. Bei Destiny fühlt sich ein bisschen verloren. Ohne Schneidezahn. Ich kann es grundsätzlich nachvollziehen. Ich habe die auch nie rausgezogen. Ich habe immer gewartet, bis sie von selber rausfallen. Gewackelt habe ich zwar schon, aber rausziehen finde ich schon wild. Oh, sie möchte mit Sunny plaudern. Oh mein Gott. Warum kann ich trotzdem adoptieren? Also Pferde? Faith. I love you. Wie kann man so süß sein? Mit seiner Mom reden. Ja? Freiwillig. Aber sie erreicht hier nicht die Wellnessfähigkeit, komischerweise. Das ist ein bisschen schade. Ich kann mir anscheinend noch gar nicht als Kind erreichen. Also zumindest nicht, solange mental nicht auf 10 ist. Und dann wird geheiert. Und sie soll jetzt ihr Plugin weiterprogrammieren. Wow. Sie hat sich einfach übertroffen. Sie hat mit dem Verkauf null Simoleons verdient. Wow. Einfach krass. Aber dann kann ich jetzt meine coole Notiz auch wegschmeißen. Destiny hat einen lockeren Zahn. Schon wieder? Wait a minute. Ich habe es gar nicht unter das Kissen gelegt, den Zahn. Ach, bin ich dumm. Erstmal Fischenchips frühstücken, oder? Also ich meine, wer sagt, was man wann essen kann, darf, was auch immer. Ich würde auch Pommes frühstücken. Pommes gehen immer. Bin ein Pommes-Liebhaber. Ich meine, wer nicht? Wer wäre mal keine Pommes? Wirklich. Ew, das ist disgusting. Kannst du vielleicht braune Kuh putzen und das hier säubern? Bist du so nett? Guten Morgen, meine Liebe. Sie würde gerne wieder arbeiten. Aber heute ist ja auch wieder Arbeit angesagt. So, was machen wir heute? Die 85. Du solltest ein Zimmer untervermieten. Wild. Aber, ja. Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Familie oder so. Das ist halt ein bisschen wild, dass wir dann jemand Fremdes hier wohnen haben. Aber, glaube ich, würde einfach hier hinten so einen kleinen Raum machen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen große Tür, oder? Warte, gibt es die nicht auch in Einmalformat? Guck mal hier, das passt doch dazu. Dann wollen wir natürlich ein Dach draufsetzen. Das sieht so doof aus, ne? Aber ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, ein Vermieter zu sein. Aber naja. Dann ist das so. Achso, vielleicht sollte ich da noch wenigstens so, dass man ein Badezimmer haben kann. Hä? Achso, Lichter. Ist so, hm, irgendwie ist es dunkel hier. Ja, komisch, oder? Wir geben gerade unser ganzes Geld dafür aus, dass wir irgendeiner random Person irgendwas untervermieten. Das macht gar keinen Sinn. Kein Bock mir da jetzt so viel Mühe zu geben. Es soll ja nur so Standardzeug sein, weil... Also, mehr hat die Person ja auch nicht verdient. So, dieses kleine Klo nur. Dann passt das hier nämlich auch besser hin. Also, es ist jetzt nicht schön, aber selten. Hier ein Klopapier kriegt ihr noch. Also, so nett bin ich dann doch noch. Ein Doppelbett ist vielleicht ein bisschen groß. Ich bin einfach die beste Vermieterin der Welt, oder? Hm. Hm, wir brauchen eine Sitzmöglichkeit. Hm. Moment. Das könnte ein bisschen eng werden, oder? Ich glaube, das geht noch. Hm, 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 hm. Warte mal. Vielleicht machen wir das so rum. Weil man das Waschbecken nicht benutzen kann, ist nicht so schlimm. Was ist das? Ah. Ihr Schönes hier. Ja, toll. Dann ist das natürlich ein Mietwohnhaus. Warte mal. Das hier ist eins. Ne? Also, wir müssen ja jetzt schon klar machen, dass das wir sind. Warte, kann ich das nicht umbenennen? Hier. Familie Ernest. So, da wohnen wir ja. Das ist meinetwegen Gemeinschaftsraum. Die dürfen ruhig zu meinen Tieren. Das ist in Ordnung. So, und das hier ist dann zwei. Einfach nur schön. Ey, es sind immerhin zwei Sterne. Hier, dann füllen wir doch den Leerstand. 38 maximal. Als ob ich dafür 38 geben kann. Ich möchte keinen lauten Krach. Ich möchte nicht, dass es Müll gibt. Ja, vier Leute weiß ich jetzt nicht. Zwei Leute finde ich auch ein bisschen schwierig. Warum haben wir nicht eine Person? Wir haben keinen, der eine Person ist. Die zahlen 31. Also, dann nehmen wir doch das Teuerste, oder? Also. Wenn die bis zu 31 zahlen, also, dann sind das halt zwei alte Leute. Die sterben dann ja eh bald. Pff, ich will die gucken. Die wollen nur ein Bett. Ja. Ist halt ein bisschen wild. Aber, äh, viel Spaß euch. Die sollen ruhig hier vorbeikommen. Also. Ah, ist das wild. Mieteinheitssteuer 50. Das heißt, wir machen ja eigentlich nur Verlust, oder? Ah, Vertrag ansehen. Wer ist das? Mika Crack und Jessie Crack. Gerichtfertigt rauswerfen. Wartung schlechten Umgebung ist... Mann, ja. Hä? Aber hey, die sind eigentlich zufrieden bisher. Toll. Oh, ist das wild. Naja, ist halt ein bisschen extra Einnahmen, ne? Also, gibt Schlimmeres. Warte mal, vielleicht sollte ich dann auch den neuen Briefkasten platzieren. Also, diesen größeren. Warte mal. Platzieren wir hier hin. Und dann, das ist unsere Dings, ne? Dann mache ich den Mülleimer hier hin. Dann können wir den auch besser sehen. Hehe. Overachiever. Hm, okay. Stimmt, wir haben ein Buch geschrieben. I forgot. Boah. Also, sie kann meinetwegen gerne eine Überfliegerin sein. Ich meine, sie macht alles, was sie kann irgendwie, ne? Ja, aber so mehrfach Dings, das macht auf jeden Fall Sinn, ne? Oh, warte mal. Ich habe über das Dings gar kein Dach gesetzt. Mal kurz gefixt. Weil das, äh, stresst mich sonst. Und das hängt da ja gar nicht rüber. Mann. Äh, manche Sachen sieht man halt erst im Nachhinein, ne? Oh, sie möchte jetzt auch von sich aus zur Arbeit gehen schon. Weiß ich jetzt nicht. Soll sie einfach heute Abend gehen, hä? Ich meine... Ach, wir können auch einbrechen. Wir können die ja auch einfach mal besuchen. Ich meine, die wohnen ja jetzt hier mit uns, also... Vielleicht ist es schlau, die kennenzulernen. Ein Bruch starten. Warum sind die jetzt zurück? Warum seid ihr nicht in der Schule? Wo sind die? Die sind nicht hier. Wo sind sie? Hier. Äh, tu mal rangisch vorstellen. Ist vielleicht nett. Weil die scheinen mir von da vielleicht zu kommen, oder so? Wir finden sie interessant. Und ihn finden wir lustig. Aber die finden uns beide kacke. Er findet uns nervig. Und sie auch. Das wird ja ein schönes Verhältnis. Jetzt reden die hier alle miteinander. Toll. Also ich wünsche euch hier ganz viel Spaß, ne? Ach, süß. Die finden uns ja eh nicht so toll. Aber naja, ihr wolltet hier wohnen. Ja, wieso ihr jetzt schon zu Hause seid, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber hi. Alter, Anissa. Nein. Wir haben einfach fast unser gastes Geld ausgegeben, nur damit hier jemand wohnen kann, der uns kacke findet. Können wir darüber reden? Anissa wollte gerade vorbeikommen und jetzt ist sie tot? Okay, what happened? Das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Unter der Decke lesen. Wie süß ist sie denn? Jetzt ruft Anissa an. War? Girl, du bist gerade gestorben. Warum möchtest du jetzt direkt ein Date? Sie braucht irgendwie ein Hobby. Ich habe keine Idee, was er mit mir machen könnte. Bua Bun Ma. Spannender Name. Ich meine, sie hat ja ein Hobby, in dem sie hier ja Yoga macht. Aber Destiny hat irgendwie keine Hobbys, ne? Bisher. Aber sie sieht so süß aus mit ihrer Zahnlücke. Ja. Baby. Ich liebe Zahnlücken, ne? Ich fände das hier ja auch süß, ne? Das kostet auch nur 10. Macht halt nur keinen Sinn, dass es auf dem Gras ist. No. Why is the Akku already dead? So, dann gibt es da zumindest auch mal einen Weg zu denen. Das macht vielleicht Sinn, oder? Nur vielleicht kommt die Yoga-Matte dann hier hin oder so. Weil es macht irgendwie nicht so viel Sinn dann, dass es hier auf den Steinen ist, auf dem Weg. Dann könnt ihr hier zusammenspielen. Süß. Hab das als Kind auch immer so geliebt, dieses Spiel. Hallo. Wow. Ihr Outfit richtig süß. Hübsche Frau. Ein random generierter Townie kann gut aussehen. Sowas kann passieren. Wow. Ihr Süßis. Destiny hat keinen Bock mehr. Schade. Sie kann jetzt Handy-Apps entwickeln. Jawohl. Also unsere Nachbarn haben auch gar keinen Bock, sich zu zeigen mal, ne? Normalerweise sehe ich das in anderen Let's Plays und Videos und so immer, dass die so 24-7 hier rumlaufen. Die beiden haben gar keinen Bock. Die sind wahrscheinlich die ganze Zeit in ihrem kleinen Häuschen und denken sich so, warum haben wir das getan? Jetzt ist sie doch hier. Hi. Oh, sie macht Yoga. Hey, jetzt gucken sie wenigstens nicht mehr die Wand an, wenn es hier drin ist. Ist doch auch schön. Wow. Das war ja ein langer Yoga-Trip, du. Hui. Zwei Minuten hat sie durchgehalten. Holla die Waldfee. Süß. Sie hat quasi gewonnen, oder nicht? Oh. I love it. Wie lustig wäre das, wenn sie einfach von einem Meteor getroffen werden würde? Epis kommt auch direkt raus. Nice. Und spielt Himmel und Hölle. Oh, ich kann nicht mehr. Na gut. Ich glaube, in dem Häuschen war es dann doch ein bisschen zu eng auf Dauer. Es ist wild. Ich sage, wie es ist. Okay. Interessant. Sie geht jetzt einfach und er spielt da weiter mit seinem Himmel und Hölle. Ah, ne. Sie angelt hier, oder? Ach, süß. Das ist ehrlich gesagt wirklich sehr süß. Okay, sie hat auch schon wieder aufgehört. Ey, ihr macht mich fertig. Wieso geht jetzt wieder? Gar kein Bock. Oh, sie muss zur Arbeit. Oh, sie muss schon die ganze Zeit zur Arbeit. Upsi, du Upsi. Habe ich vielleicht vergessen. Naja. Sie wird ja vermutlich trotzdem befördert werden. Ich mache das Ganze auf normal. Weil sie immer fleißig arbeiten. Dann ist kein Wunder, dass sie dann immer Burnout hat. Auch wenn sie ein Workaholic ist. Es muss Grenzen geben. Ihr seid solche Mäuse, ne. Immer verbringen die ihre Zeit miteinander. Ich finde das so cute. Wie lange ist Peace denn noch ein Kind? Zwei Tage. Okay, so richtig lohnen tut sich das ja dann nicht. Aber egal. Ich gebe mir trotzdem eine Small umstyling, weil ich Bock habe. Ich meine, Faith muss dann nochmal ein bisschen Freunde suchen. Aber das ist schon okay. Why is this broken? Der Chef von Sunny schlägt dir vor, in einer Studium teilzunehmen. Was soll sie tun? Äh, natürlich gehen wir hin. Leistung ist der bessere Mittel groß. Befördert zu Jungköchen. Neue Kleider. Hämmer die Waldfee. Hämmer die Waldfee? Seit wann das? Ja. Die Inseltheken brauchen wir nicht. Also wir haben ja die Counter. Das reicht eigentlich. Dann können wir die verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ist vielleicht schön. Sie ist einfach nur müde, aber glücklich. Das freut mich sehr, Maus. Ich habe schon wieder vergessen, den Kissen... Den Zahn unter das Kissen zu legen. Ich bin einfach schlau. Ja, Faith sieht auf jeden Fall sehr zufrieden aus. Naja. Ich würde den Part an der Stelle aber auch beenden. Irgendwie haben wir nur zwei Tage gespielt. Und trotzdem nehme ich schon so lange auf. Also manchmal ziehen sich die Tage, weil wir irgendwie viel tun. Oder halt auch nicht. I don't know. Aber ich habe kein Problem damit. Ich hoffe so sehr, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020